Ich bedanke mich recht herzlich für die Nominierung. Wir nehmen beide die Herausforderung natürlich an. Und ich bin so nett, ich nominiere meine Freundin Karin Reuter, sie nennt sie Secker und meine Kollegin Ariane Ruth. So, lieber Dennis, auch so hier bedanke ich mich recht herzlich. Ich nehme die Herausforderung auch an. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze auch einen ernsten Hintergrund hat. Hier werden Fenden gesammelt. Deswegen werde ich jetzt mal Firmen nominieren. Ich hoffe, dass die auch ganz recht spenden. Bei mir ist es die Firma Offenbach, Abschleppdienst Offenbach, die Firma Zentral aus Sahnau und die Firma Hendrich aus Frankkurt. So, jetzt geht's los. Achtung! Auf, danke! Das war's! Das war's! Und viel Spaß!